Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Horizon Zero Dawn. Beim letzten Mal haben wir uns gefragt, was der Plural von Panorama ist und ich habe nachgesehen, es ist Panoramen. Die Panoramen, der Panoramen. Und die anderen Deklinationen habe ich vergessen. Obwohl ich es gerade vor nicht mal einer Minute nachgesehen habe. Ich bin auch ein Held, ich weiß. Ja, es hat mich nicht losgelassen, deswegen habe ich hier gerade nochmal nachgesehen. Hey, guck mal. Ziele für die Präzisionspfeile. Die Sache ist aber auch, ich brauche die Präzisionspfeile nicht. Weil die Präzisionspfeile krass genug sind. Ah, was ist das denn für ein verdorbenes Vieh? Ah, ein Verderber. Ja, gut. Das Signal muss ganz nah sein. Ich muss nur auf den Kopf des Langhalses. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich komme hier jetzt mal irgendwo hoch. Die Mörder. Was machen die hier? Die Mörder. Die Mörder. Was macht das so? Was ist das? 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 Das ist gerade nur peinlich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. Ich verstehe ja gerade nicht, wie ich da hochkommen soll. Ansonsten würde ich mir jetzt einfach den langen Hals schnappen und dann ab dafür, aber ich weiß nicht, wie der hoch auf die Plattform kommt. Oh Gott, ich weiß nicht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Und wo werde ich denn jetzt beschossen. Und wo werde ich denn jetzt beschossen? Okay. Okay. Easy. Oh. Oh. Okay. 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 let's... Okay. Let's. Okay. Erst will ich ein bisschen einsammeln. So und scheiß auch die restlichen Kultisten. Ich will nur den Langehals haben eigentlich. Ich glaube, auf den Langehals komme ich von dieser Plattform her. Heißt halt, kurz warten. Also die Eiskanone an sich ist eigentlich ganz witzig. Aber die braucht halt unheimlich lange, um aufzuladen. Ach, geschafft. Und jetzt hoch auf seinen Kopf. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich hier hochklettere, dass irgendwo das Klettern falsch connected ist. Und ich ganz nach unten stürze. Und dann halt auch wieder warten da, bis der Langehals rankommt, dass ich rauf springen kann. Das ist wirklich meine Größe. Langehals, Sonnenstufe. Da haben wir eine Metallbrücke. Da muss das Panorama. Könnte es ab sein vom Langehals ist halt auch schon immer irgendwie echt cool. Trophäe, aller Langehals überbrücken. Okay, der kann mir Schaden machen. Lol, der kann mir richtig Schaden machen. Ey, level ab. Hm. Ah, ich dachte ich muss irgendwie das Weiterausweichen aufladen, aber so ist natürlich cool. Also ich muss einfach entweder schnell ausweichen oder also schnell ausweichen indem ich Kreis einmal drücke oder ach du Kacke. Aha. Gut so. Ähm. Ich will die Metallblume haben. Ich hoffe der kommt hier nicht hoch. Äh, er kommt hier hoch. Aber er kommt hier nicht leicht hoch. Ah. Er kommt hier leicht hoch. Ah, blöd getroffen. Ah, das ist nicht so. Okay, Donnerkiefer erledigt. Oh, wow. Wow. Oops. So, damit habe ich ihn glaube ich um seine Drohnen gebracht, die auf mich feuern. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Komm schon. Uiuiui. Heilige Scheiße. Willkommen. Oh. Oh. Zwei auf einmal. Auf einmal hintereinander. Puh. Sorry, dass sie gerade so still war. Es war nur minimal anstrengend mit den Viechern gerade. Und das alles für so eine beschissene Metallblume. Aha, was das schon wieder an Ressourcen gekostet hat. Aber ich glaube, ich muss mich nicht einmal heilen. Weißt du, aus diesem riesigen Teil, was ich nicht mal abgeschossen habe, fünf Metallscherben. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hallo, ich will Metallscherben. Ein bisschen Heilung. Sag mal, war ich hier unten noch ein bisschen Schrott ein? Das kann ich bestimmt weit gebrauchen. Ich habe hier doch in der Landschaft ein bisschen was verteilt von den Teilen. Dann habe ich hier auch die Metallblume, die ich haben wollte. Alle Metallblumen gefunden. Sehr cool. Und dann das letzte Panorama ist hier oben. Aber das haben wir erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Und ciao, ciao. Bis dann.